Weg und freuen sich über unser schönes, komisches Ding, was wir gerade gebaut haben. Das sieht sehr schön aus. So. Ich hab irgendwie nie Fackeln dabei, äh. Ich hab mich, ich hoffe, ich hab die richtige Höhe gemacht, nur Fasmus-Master noch mal umkonstruieren. So, jetzt brauch ich Schilder und Weins. Waffen und Werkzeuge. Bip, bub, 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 bub. Du, 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 du! A propos, er ist die Sprache noch. Das habe ich schon, das habe ich schon so lange Wochen. So, es war mir, ich bin. Es ist, man sieht keinen Fall. Pension des Waffen. voll den aber die scheiße warum muss ich über warum ist es sich über die luft sprengen wo ich zehn Meter von denen fernstehe warum müssen sie schnell schießen ja es geht es nicht nämlich solche so richtig fettes loch ein Mann er hat zwei Hexen nebeneinander was geht denn ab ich bin so wie das komische sie mit der sogar heute aussieht zu grün fände ich das viel schöner du hast grünes zuckerrohr das hat eine neue textur gekriegt aber als text vielleicht ein paar als er mit die monster armee sind wir nicht mehr als ein körper in die luft weißt du weißt du was abgeht es ist noch schön schönes loch das finde ich auch schön ich habe ganz lustig aus ich finde schön dass du alles schön findest was so kacke meine rüstung ist fast schrott aber ich habe einfach kein eisen mit neuer zu machen ich hab den halben stack gegeben wo ist der schon wieder hin hey wie sagst du Fabian halben stack gegeben ja weil Fee ich einfach mal so mein der muss mir irgendwelche sachen geben um dann später zu behaupten ich hab dir doch mal das und das gegeben nein ich wollte ich war einfach solidarisch und hab ihn halben stack eisen gegeben weil zwei oder drei stecken ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn alter junge ja Schleimwelle mehr ok weg hier was wird denn das wenn es fertig ist johannes ich weiß ein monsterfalle ja gut aber äh ja die geht nach oben ja wie jetzt die spawnen unten wenn er oben gest... hä? haha das siehst du dann schon noch ach so man schließlich quasi hier unten hin schlägt dann oder was? ja die werden dann oben gespawnt und werden mit pistons nach unten gedrückt ok dafür brauchen wir die pistons ne gut das hab ich auch verstanden haha na gut egal ich werd's dann sehen und spawnt das vier auf mein... nether portal ich bin eben jaaa hab aber kein glück naja wenn deine Spitzhacker kein glück hat dann hast du halt natürlich auch kein glück mehr da hast du aber wieder einen rausgehauen hoch die Füße der Kopf ohne Spaß warum haben das denn so ne komische scheiß Textur von den Blumen das ist doch kacke wenn wir die jetzt hier hinpflanzen dann ist es auf einmal rote Rosen das ist voll der Bug muss ich nochmal gucken weil ich mein texture pack updaten müsste ganz viele dicke Slimes springen hier rum Slimes springen hier rum Slimes springen hier rum ganz dicke Slimes springen hier rum ganz dicke Slimes springen hier rum Alter was ein fetter Blobby der sah von den Fernen gar nicht mal so groß aus geht weg geht weg die ganzen Monster Hilfe Alter verpisst euch die ganzen Zombie Armeen Alter ich sammle fleißig Slime Balls ich habe es schon glaube ich mehr als ein Stack oder ungefähr eins das ist super 38 perfekt 58 ja ich habe 58 habe ich das noch kein Stack so geht das aber nicht schmerz der er hat er hat er hat er hat er hat er hat was einfach nichts neben nun kommen müssen das machen auch wie sie sich so als mich hier fähig weil das vorhin glaube ich hatten was wir haben noch vollen Holzmichel irgendwie gehabt was ach keine Ahnung vielleicht in der Parallelwelt wo du mal drin lebst aber nicht hier ok ich weiß ja einfach keine Rohstoffe aber ich will auch einfach nicht farm gehen weil es einfach voll langweilig ist das anzugucken auf da und ei so viele Leute zuschauen werde ich einfach mal sagen du du wer dann einfach mal fahren gehen ho 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 ja wie kannst du das unseren zahlreichen zuschauer nur antun Ja, machst da halt einfach nix, weißt du? Ihr könnt ja einfach mal jetzt in die Kommentare schreiben, wie ihr uns so bis jetzt verlaufende Season findet. Das dann haben wir bestimmt ein bisschen mehr Abos. Hoffen wir doch. Äh, hust nicht. Wobei, die können da bleiben. Kommt das Loch hier, können wir noch zu flicken. Das hier habe ich jetzt keine Lust drauf. Und ich habe wieder übelst hier harten... Oh, regt ich das um? Was, hier habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Oh, ist das für ein Spezialger kaputt? Ja. Oh, ist das für ein Spezialger kaputt? Ja. Holz-Truhe? Ohne Witz, ich glaube, ich brauche Holz. Ich glaube, ich brauche mal einen neuen Spitzhacker. Ohne Witz, das geht schief, das geht schief, das geht schief. Okay, doch nicht. Alter, kommt auf einmal ein Quirien mein Gang drunter, ja. Was geht denn ab? Hohohoho. Ach komm. Warum nicht? Ne, hä? Hm. Ohne Witz, das geht schief, das geht schief, das geht schief, das geht schief. Ja, das sagt, die Kuh, Kuh. Und das macht mich... Ne, das ist krank. Ich muss gerade irgendwann dieses komische Crowley denken. Ach, Crowley? Ich muss gerade irgendwie ein Crowley denken. Was ist ein Crowley? Ich bin, es ist auch ein bisschen blöd. Aber es ist anders, aber ich weiß nicht warum. Und ich weiß, was du meinst. Muss ich auch gerade dran denken. Ich hab keine Ahnung, wie das heißt, weil ich das einfach nicht höre, aber... Du hast auch kein Crow? Wer hört auch kein Crow? Schreibt's in die Kommentare. Ja, feilt die den richtig hart ab, oder eher nicht so? Ich find'n ganz okay. Direkt unten, jetzt bitte kommentieren. Das macht uns alle sehr froh. Das mein' ich ernst, das hat sich jetzt ja voll ironisch angehört, aber... Und das tut eins...